Hallo at KTV News! Der Monaco, der hat gar keinen Bock heute, weil er sagt, die gucken alle nicht zu. Deswegen muss ich das hier heute machen, ne? Aber ehrlich gesagt will ich auch nicht. Ich will hier weg, ich will hier raus. Das ist scheiße, ey. Ne, wirklich, ich weiß nicht, was ich hier soll. Nachrichten lesen, ich kann doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht lesen. Oh, was ist das für eine heiße Ische? Oh, oh, oh. Na, 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 na. Ich habe kein Zeit mehr, ne? Tschüss.